Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender Video. Heute habe ich für euch einen Trick dabei, den ich euch erklären werde. Aber davor werde ich Ihnen erstmal zeigen. Und zwar habe ich dazu hier eine Tafel dabei. Und auch hier daraus sind vier Punkte, wie ihr seht. Und auf der anderen Seite sind, wie ihr seht, ein Punkt. Aber pass mal gut auf, denn auf der anderen Seite sind auf einmal sechs Punkte und auf der anderen Seite auf einmal wieder drei Punkte und auf der anderen Seite auf einmal vier Punkte und auf der anderen Seite zwei. Genau, jetzt kommt es aber zur Erklärung des Kunststücks, denn das ist ganz einfach. Und zwar sieht diese Tafel so aus und ihr müsst einfach immer mit eurer Hand Punkte abdecken. Und das sieht so aus. Ihr sagt zum Beispiel, jetzt hat die Tafel vier Punkte, aber ihr verdeckt dabei den fünften Punkt. Auf der anderen Seite ist das gleiche. Ihr habt zwei Punkte, verdeckt den einen und sagt einen Punkt. Wenn ihr jetzt auf die andere Seite wieder dreht, sagt ihr, ihr habt sechs Punkte, aber es sind gar keine sechs Punkte, denn wir sind eigentlich nur fünf, aber ihr verdeckt einen. Genau, auf der anderen Seite ist es das gleiche Spiel. Ihr sagt wieder drei Punkte, aber in rechts sind es natürlich nur zwei Punkte. Aber das war's für heute nicht, denn ich möchte euch den Trick noch weiter zeigen. Und zwar, wenn man dann nur einmal schnippt, sind auf der anderen Seite auf einmal wirklich sechs Punkte. Und wenn man dann nochmal schnippt, sind wir auf einmal auf der anderen Seite drei Punkte. Genau, aber dann kann man natürlich nochmal schnippen. Ach, nochmal geschnippt und auf einmal sind auf der anderen Seite wieder acht Punkte. Und der coloring. Und dann Teacher, wenn ich dann auch mal raus gebe. Die trabajo nach dem igen Moment- Und dann wahrscheinlich sagtsbildermd Factoren oder ich glaube, das Appli burgers wiederburgh. Und dann sagen gesagt, ihr habt auf dem Platz kann bis heute los aufs. Aber wenn ihr Schwung hier nochmal송